Die Dreck ist ein Schwerkrimineller. Wir spielen die Dreck in Frage. Jungs, sie dürfen jetzt den Dreck wegräumen. Schwerkrimineller. Die Dreck wurde in die Dreck zur Wachstrecke gebracht. Er packte die Dreck aus. Aber nicht das Schisseisen. Seine stärkste Waffe ist seine Fortsteckungskraft. Doch sein härterster Einsatz ist nicht voll. Und heißt Hero. Hero, der gefährliche Wahl. Der charismatische Opportunist. Hat starke kriminelle Ehren hier aufgebaut. Regiert sie mit eisernem Faust und flexibelem Verstand. Das macht mich richtig würdend. Ich war zehn Jahre auf einer langen, dunklen Reise, um ein kleines Imperium aufzubauen. Das ist doch eine ganze Menge wert. Und jetzt will ich uns noch mal neu verhandeln. Ich werde euch ausschalten. Mann für Mann. Alle. Tu es. Aber wenn du das tust, bist du tot. Und das ist noch gute Nachricht für dich. Ach ja? Und die schlechte? Und die schlechte Nachricht. Dass ich dich selbst in der Höhle nicht in Ruhe lasse. Ich werde nicht ohne einen, der Paganer. Hat jemand etwas verstanden? Leg mich! Ach so. Ja ja, das kennen wir schon. Die Grenzen der Legalität überschritten? Haben Sie schon jemanden getötet? Das Böse gibt es nicht. Und das Gute übrigens auch nicht. Nur Entscheidungen und Konsequenzen.